Willkommen zurück bei Dragonboy Xenoverse und ja, wir wollten mal gucken, hier habe ich schon gefunden, Piccolo, ist gut für die Aussau und KI-Explosion, sieht aber ein bisschen blöder aus, wenn euch da unten mal die Träter anguckt, deswegen bleiben wir bei den Dingern hier, Z-Seele haben wir nur die eine, glaube ich, und sonst haben wir hier eigentlich auch nichts weiter, wir hatten irgendwo noch das Chichi-Kostüm, aber das wird wahrscheinlich für die weiblichen Charaktere sein, kann man dem männlichen nicht anziehen, lustigerweise, also hätte man es mal anziehen können, so was, was soll ich dir bringen, du sollst mir niemand ist stärker als ich bringen, kapiert, los, niemand ist stärker als ich, gut, das werde ich wahrscheinlich irgendwo bekommen und ich habe mir gedacht, wir werden jetzt mal wieder versuchen, ein bisschen Story-Quest zu spielen und zwar werden wir versuchen, den lieben Ginyu, den Kommandanten Ginyu, ja, ich würde sagen, auszuweichen, das wird es wahrscheinlich eher treffen, denn, ja, ich glaube, die Power haben wir dafür noch nicht, dass wir den besiegen können, äh, wir müssen den halt attackieren, das ist klar, weil wir den ja bis zu einem bestimmten Maß runterballern müssen, hm, du wieder, bist du hier, um von mir trainiert zu werden, nein, äh, ja, wir können das später machen, Piccolo, oh nein, so, ich finde das mal so blöd, dass man die automatischen nochmal anspricht, ja, wie gesagt, äh, ein bisschen attackieren, den Ginyu, ein bisschen ausweichen und dann hoffen, dass wir zu Rikum kommen und den dann fertig machen, aber diesmal, Moment, ich kann ja gerade auch nochmal anpassen, Kampfobjekte, haben wir ja diese Kapseln, hier haben wir noch eine große, stellt einen großen Teil der Gesundheit wieder her, zwei Kapseln haben wir mit und damit sollten wir das doch, denke ich, mal schaffen, oder? Ich hoffe es zumindest. Hey! Ja, ab auf Zeit, Patrouille, danke. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich hoffe, es gelingt. Wir sind ja inzwischen ein bisschen stärker, ich mache das wie gehabt weg, ne, ihr müsst halt gucken, Kommandant Ginyu macht, äh, Ginyu macht uns platt, oder so heißt die Folge. Da könnt ihr euch das nochmal gerne anschauen. Denn wir wollen jetzt hier fighten. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen, ja, wir müssen ziemlich viel abhauen und dann ab und zu mal ein bisschen Energie aufladen und was reinhämmern. Das Problem ist, dass Vegeta kämpft, glaube ich, an unserer Seite auch nicht ewig lebt. Das macht die Sache jetzt ein bisschen schwieriger noch. Ah, ich bin zuversichtlich, diesmal schaffen wir es. So, Besiegerie kommt, wird danach auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber erst mal, ah, geht ja gut los. Erstmal abhauen, ins Visieren nehmen. So, ein bisschen konnten wir ihm erstmal geben. Wir weichen grad mal ein bisschen aus. Dann können wir Gehter noch mal ein bisschen Schaden machen. Ich darf mich jetzt nur nicht erwischen lassen, weil... Nein, nein, nein! Ah! Wo bin ich? So, jetzt kriegt er. Okay, er kam da ein bisschen raus gerade. Aber immer, wenn ich aufladen will, kommen wir zu uns. Also, der Winner, Rock, Paper, Scissors, Gets the rest of them. So. Ja, Vegeta, kümmere dich um ihn. So, da ist er voll reingeflogen. Wunderbar. Ja, den haben wir. Wir haben auch ziemlich viel Energie über. Okay, mehr Freunde. Das sieht ganz gut aus. Wir geben ihm richtig. Okay. Au. Au, au, au. Au, da hat er uns erwischt. So. Da hast du es. Nicht vergessen, ich gehe ab und zu mal. Au, 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 au. So, ich konzentriere mich gerade ein bisschen und dann unten den Dialog könnt ihr dann schon mitverfolgen. Ja, immer weiter rein. Wuhu, wir haben ihn besiegt. Mission Complete. Guinyu und Rikum besiegt. Voll geil. What's the matter? Ja, wein' wir haben auch nicht so wirklich viel erreicht. Rang B, naja gut. Immerhin, ich bin froh, dass er kam vorbei ist. Weiter. Schön, kommen wir auch in der Story voran, das freut mich. Müsste jetzt eigentlich auch wieder eine neue Parallelquest geben, glaube ich. Sengoku vs. Ginyu Kommando. Reduzier Ginyus TP auf ein bestimmtes Maß. Ich bin froh, ich bin froh. Ready. Rekum! Archer! Hiking! Hiking! Oh! Oh! Daddy! Goku! Goku! Who is that? das ist son goku du idiot du hast aber immer noch verdammt viel power warum kannst du mich dann einfach immer so gut wurden da kann das mehr ja da hast du von mir noch das hast du jetzt davon voll reingelaufen und voll abgewährt ja den haben wir auch besiegt wunderbar wer kommt jetzt wer kommt jetzt alle drei es ist auch ein bestimmtes level nehmen wir den hier den vater vielleicht haben wir bessere chancen gegen ihn als gegen kommandanten sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus so da kriegt er noch ein finnischer hinterher oder so ausgewickelt verdammt eine energiekapsel da ist der kampf vorbei in der tollen körpertausch okay wir sind jetzt kommandern ginyu das ändert natürlich einiges dann werden wir noch das ginyu kommando hier auseinander nehmen eine milchkanone hätten wir noch das war die milchkanone jetzt haben wir dann haben wir ja schon gut geschwächt in der vorrunde verdammt er wirft uns schöne kombo reingehauen und dann weg ist versuch mal nochmal ja sehr schön okay jetzt müssen wir gegen uns noch kämpfen der muss ja eigentlich relativ schwach sein der gute es sei denn natürlich er hat halt genius attacken noch mit übernommen kommt das ding an keine ahnung kampf pose a hätte ich hier noch ich sehe zwar gar nichts ich haue nur rein kampf pose a haben nochmal gemacht und jetzt finisher geschafft ja immerhin rang c und level mitgenommen wunderbar weiter und dann raumschiff schleichen mit ginyu besiege 20 gegner lustige melodie sehr schön sehr schön Oh, ich mag diesen Schuss. So, ja, wie gesagt, du solltest jetzt 20 Gegner weghauen. Das ist eine ganze Menge, wie ich finde. Weil die stecken ganz gut viel ein. So. Fertig gemacht. Wo ist der andere? Okay, der ist hin. Ah, da kommen die Nächsten. Und weiter drauf da. Komm, 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 komm. So, und den haben wir auch. So, prima. Ja, wow, jetzt übertreiben wir aber. Ich denke mal, nach 10 wird das Szenario wieder exzeln und wir müssen wieder alleine bestehen. Die Nioh hat auf jeden Fall ein paar coole Kombos drauf. So, den haben wir auch. Ah, da ist schon der Nächste. Rapsberry. Au. Mal ein bisschen Action reinbringen, ne? Ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Action. Okay, der Nächste. Labana. Ich sehe gar nichts. Aber das ist egal. Wir sind ja jetzt böse. Wir können ja jetzt unerbittlich, wenn einer am Boden liegt, da nochmal was reinfeuern. So, 10 haben wir, glaube ich. Du. K-Kaptain. Oh, nein. K-Kaptain, was bedeutet du hier? Wir machen erstmal die kleinen fertig. Und weiter rein, da in Apule. So, der Nächste. Irgendwer macht sie auf den Weg hierher. Den Nächsten haben wir. Oi. So. Jetzt gibt's hier richtig auf den Sack. Äh, ich sehe gar nichts. So, Rapsberry, du machst ja hier wohl auch öfter mit. Und du verteidigst ganz gut, mein Freund. Verteidige das mal. Und das hier und das und das und das und ein Wegtreten. So, prima. Der Nächste bitte hier. Wunderbar, du. Wunderbar. Nett, dass du dich freiwillig meldest. So, und der Nächste. Ah, Guido. Jetzt bist du dran. Au. Mach ich wie sie einfach irgendwen an und hau da die ganze Zeit lustig rein. Oh, das war das Punkt, die Ginyu-Ding. Greifen wir mal alle an. Und dann den Dicken da hinten. Wo dahin? Ja. Ach, schön. Es geht mal wieder weiter. Dammit. Oh, Rapsberry. You take care of them. Yes sir. Hey, Guido. Ja. Aber wie es an dieser Stelle weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.